kurz fragen so alter hey ho meine lieben freunde und willkommen zu einer weiteren minecraft challenge und wir sehen uns gleich in der runde wieder bis gleich so wie die runde und hier was vergessen zu sagen zucker bei diesem start so wie in der letzten folge wir dürfen nur ein item nehmen denk dran ja nur ein item also außer außer den steinen also wir dürfen nur ein rüstungs teil ein gegen und was immer noch nehmen also blöcke dürfen wir alle nehmen er oder auch nur eine sorte wollen wir das so immer alle nehmen dann nehme ich lieber dann nehme ich die diamante dann nämlich dann die man zu spanzer ich habe die ja plus panzer geil aus jeder kiste halt ein item das ist geil dafür jede kiste nehmen darum ich war noch nicht und dann nehme ich mal pumpkin pumpkin pie ich dachte die blöcke noch die blöcke welche bei uns nein ich habe dein mensch genommen das ist mir egal ich habe ich habe vier stecks alter nicht habe ich nicht 2 die haben mehr als zwei stecks oder ganz genau glaube ich sogar zwei stecks du und deine angel ja wir sind gute freunde alter haben uns vorgestern kennengelernt ich bin mir schon zu jemanden rüber die portion of fire resistance ist am start pumpkin pie wird gegessen und dann gehen wir einfach auf die nee nicht da rein wir sind weg gegangen nicht wehtun die selber nicht wehtun die selber du musst wer hat was geworfen da hat jemand schneeball geworfen habe ich gesagt achso ich habe gedacht da hat jemand eine enderball geworfen hast du gesagt ja das habe ich ja ich habe drei pumpkin pie das ist ja dann kann ich wollte es ab aber ganz gut dass du gesagt dass ein boot wir müssen ja immer wieder schauen ok da hat alle sagen abgebaut du hast doch schon reingeschaut ja aber blöcke doch wieder eh wohin gehst du ja gut ich habe immer noch kein essen ja du brauchst kein essen wie viel hast du wie viel ungekunden hast du dann so viel verloren wie batman man wow wo auch wo der energy pro sein ja guck doch in die kisten reich nee ich kill dir nicht du siehst schon wie du stirbst ja schneeball sag ich ja sofort schneeball alles klar ja ich denke der pusher hier an bin vielleicht darauf halt zu kurz warten willst ja wenn du sagst dass ich sterbe niemand er hat wirklich eine wille zeige ich doch weißt du was du von mir bekommst nicht und das oh ja ja und und warte er hat kein essen ich habe schon genug essen jetzt wahrscheinlich golden carrot den nehme ich das alter da kommt zwei leute ok das wird sowieso nicht schwer man muss nur einen killen und dann hat man schon wieder kurze kipp also ja aber diesen einen killen halt mit so wenig alter das wird halt auch schwer auf dauer kommst du mal wo du kurz fragen so alter hä hä idea besta head eu west alter schreide zuv wieso dass du hier auch eingegangen bist die bin ja nicht automatisch reingegangen absichtlich ich bin eigentlich so gut wie tot kommen kommen schnell schnell gehen dorthin absturm ist tot bis jetzt verloren ich hatte der hat mich runter gehauen und dann habe ich platziert hat ein halbes herz auf wasser platziert in der letzten millisekunde bis gleich so leute sind wir auf der map playground mal wieder mal wieder die map ist verflucht ich nehme diamantel und die ganzen sachen raus ich habe platz was auf unten ist ein feuer überhaupt folgt ist freundlich wasser packt nämlich da lieber und die nehmen da net change plate und ich gehe jetzt sterben eigentlich nein wirst du fast gestorben ich gehe im inventar habe alles was den weg durch der stadt ehe wäre da fast runter gefallen hast du dir die erwarten waren aber unten ja die habe ich auch die habe ich ja nicht stemmen kommst du oder werde ich das jetzt werde ich sterben du bist im 2v2 oder was nein 2v2 ja 2v1 2v2 alter ja warte mal kurz ja ich bin schon bei den entgegnern ja chill na ne 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 man komm ne ne ja jetzt komm ich ja auch ne nicht du du kannst gerne kommen aber der hat schnee bälle das hat eine schnee bälle noch der hat so viele verschmissen er braucht sich noch schnell springen rüber ja so habe ich gerade nicht vor gehabt da oben drauf zu springen ja ich komme gehen wir rauf nicht drauf ach so du hast drauf gesagt ich habe gesagt drauf ich habe nicht drauf gesagt sondern rauf also es ist das gleiche hast du ein eisen nein ich habe nur vier diamanten und hier gebe ich dir mal die hälfte ich habe schon okay dann dann hast du ja auf uns steig man die hat hast du schnee bälle ja 10 stück gibt die hälfte her zu dumm zu treffen alter wie schlecht du getroffen hast ach komm ich habe ja gesagt dass mir geben sollst ja bitte schön geil hast du getroffen was denn die glas weinbeg ich bin sehr schlecht ich bin das specht das bringt ja gar nichts alter überhaupt er blockt jetzt hat gar nichts gebracht die pläcke abzubauen hast du wasser oder so ne ich hatte wasser weil es mir nichts wenn ich nicht meiner nähe von einem insel bin ok leute das war's mit dieser folge ich hoffe es gefallen wenn das gerne daumen und da vergesst nicht zu abonnieren die lage und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder tschau tschüss und so